Moin Leute und herzlich willkommen zurück zur dritten Folge unseres Let's Plays Together von ARK. Heute, äh, ja, heute schütten wir Tiere, um zu leveln. Oder? Ja. Ja. Alles ist okay und die nehm ich mir mal gleich. Ja, ich sneak mir jetzt ein Dillo rein. Schon ganz lecker das Ding eigentlich. Und da kommen schon noch ein paar Fliegeviecher hinterher. Oh, den Dillo hab ich getötet und mein Viech möchte einfach nicht angreifen. Fällt mir grad so auf. Ja, da seht ihr den Skorpion in Action, ne? Ja, den Power-Power-Saurus hab ich jetzt leider nicht bekommen. Da halt, weil ich nicht. Na komm. Geht doch. So, sind die noch irgendwo? Ach da. Nehm ich den auch noch mal mit. Ach so. Den auch noch. Wie lebe an das denn? Okay. Das soll's gewesen sein. Hier sogar Metallklumpen. Nein. Wollen wir Metall? Na? Können wir aber noch nicht abbauen, oder? Ja, abbauen kannst du, aber kriegst du halt kein Metall raus. Ja, das meinst du halt, ja. Also, schon, aber wenn minimal. Schon so. Na, 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 na. Jo, also, jetzt geht's grad erstmal drum umleveln, damit wir auf ne andere Insel kommen, weil wir sind halt wirklich auf der letzten vom letzten. Oh, und hier sieht grad vier Delos oder so, und das ist grad nicht so ganz toll. Ah, nein, nein, ich bin wirklich vergiftet jetzt. Ist hier natürlich jetzt nothing. Ich wollt grad sagen, hä? Wer hat denn vier und mir getötet? Aber hast du das ja. Ja, wohl. Ja, ist das geil. Der Skorpion kann ja, achso. Was auch das Gute am Skorpion ist, das hab ich jetzt nicht im How-To gesagt, ähm, und zwar können Skorpione Gegner, wenn, wenn sie richtig stehen, festhalten. Lol, der hat, der, der, äh, Dillo liegt. Zähl mal, Dillo. Mein Skorpion hat den Dillo so angegriffen, dass es liegt. Oder, oder ich war das mit meinen, äh, mit meiner Schleuder, aber das glaub ich weniger. Ja, da hinten ist ein Fiumia, da wär natürlich nice, wenn wir das Ding auch noch zähmen. Ja, sicher? Ist das nicht möglich? Ja, überleg mal, ein Fiumia ist am Anfang Paket, ne? Kannst ja auch tragen, das Ding. Ich hab jetzt einfach mal den Sattel geskillt. Müssen halt nur gucken, dass der irgendwo in ne Falle läuft, weil der ist schnell. Ja, ich hatte grad einen, eigentlich ist nicht gut, aber ich hab ihn umgebracht. Ja, ich weiß. Ich mein, der sitzt jetzt hier so gut. Du, ne Fasern brauchst, darf ich halt, ich habe einiges in Fasern. Okay, ich hatte mehr, so viel in das Fasern. Ich denk mal, den sollte, ich bekomm den Fiumia. Okay. Ich hab keine Steine mehr, kommst du mal bitte her. Warte. Scheiße. Hier hinten in der Ecke. Ja, mach den mal, aber nicht töten. Ja, du. In den Arsch. Danke. Jo. Ich brauche ich, Bären. Nice. Jetzt haben wir auch noch einen Fiumia gleich mitgesammelt. Würde ich ja sagen. Haben wir jetzt... Hä? Eingesammelt. Äh, eingesammelt, so, weißt du, so mitgenommen, so. Ich wollt grad sagen, wie der ist schon gezähmt. Äh, Nummer 1. Ah, jetzt hab ich auch noch einen Dilu dabei. Ja, auch gezähmt. Ah, jetzt ist das Server. Mal wieder schön am laggen. Ja. Na komm. Klar. Diese Lacks sind, äh, nebenbei. Ähm, die Lacks sind, weil der Server grad halt am Speichern war. Und das hier über meinen Rechner geht. Und deswegen sind da so ein bisschen Performance-Entbrüche. Ich hab jetzt mal ein paar Bären gesammelt. Jetzt hol ich mir nochmal den Fiumia ran. Was? Wie die Tiere, die wir mal wieder verlieren werden. Das kann ich dir gar nicht genau sagen. Du kennst mich doch. Ja, nur zu gut. Genau, deswegen, ja. Weil der 4 mehr wird plus minus Level 6. Ich stell mal kurz schon nen Sattel her, ne? Hatte ich gerade so dabei. Hab ja nur 541 Fasern. Eieieiei, hab ich viele Fasern. Was machst du denn? Ja, ich wollte auf mein Ziel angreifen, aber ich hab dann alle gemacht. Und dann hab ich, ähm, ja, passiv gemacht. Und den hab ich auf den Fall gemacht. Achso. Achso. Da. Äh, ja. Ja. Sieht so gut, ne? Äh, ja. Wir brauchen da ungefähr. Da dauert ein bisschen. Hier wär's natürlich ein Haus zu bauen, oder so. So versteckt im, ja, versteckt im Nichts. Guck mal, wir haben hier ne schöne Ecke. Kannst ja schön ausbauen. Aber nein, oder? Äh, nein. Äh, ja. Bald wieder Level ab. Unser Ziel ist jetzt erst mal Level 15 zu werden, damit wir auf ne andere Insel kommen, hab ich ja glaub ich schon gesagt. Wegen dem Boot. Da hinten ist ein Licht, geht das mal wollen. Ich weiß nicht, ob das für unser Level ist. Ne, das ist lila. Ah, okay. Ja, bei mir ist das saue Hell gerade. Ich seh jetzt nicht richtig. Level ab. Warum geben die jetzt, geben die jetzt doch mehr AP? Nö. Oh, ich kann ja verzüßt machen, das nervt. Hm? Ich kann ja verzüßt. Oh, äh, sorry. Naja. Ich fühl's noch nicht besser hier mit dem blöden Pitten und so. Ähm. So, noch ein Level. Dann haben wir erst mal wieder ein bisschen was zum Freischalten. Oh, der 4 ist gleich gezähmt. Das ist schon mal schön. Den nenne ich dann einfach Taxi. Ja, ich nenne mein Fiomiya Taxi. Ah, mein Skorpius ist Level ab. Den skill ich auf. Er kann vor der Gesundheit. Gesundheit. Der Dilo. So. Dann kann ich gleich schön schon mal reiten. Aber auch nicht weit. Und dann werde ich wahrscheinlich sterben. Ja. Jo, gleich ist er fertig. So, da haben wir ihn auch schon gezähmt. Den nenne ich jetzt Taxi. Mit H. Taxi. Der hat ein crazy Taxi. Spiel. Von Spiel. Wie wäre das ein crazy Taxi? Gibt ja so ein Spiel. Keine Ahnung. Der hat 208. Äh. 208 Ding. Äh. Äh. Gewicht. Okay. Ist ja langsam. Hm? Ist ja langsam. Tesla, mir. Wie schneller. Ich weiß. Hier unten ist ein, äh. Pumpi. Ja. So, Alter. Achtung. Hinter dir. Hinter dir. Hinter der Biene. 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 Bauer. Oh, hat er dich jetzt angegriffen? Nee, die die ja. Ich geh mal auf den Triceratops. Aua. Drei Tiere gehen auf den Drauf. Ach ja, der Fiumeer. Ich habe ganz schön Aua bekommen. Was? Ich habe ganz schön Aua bekommen. Echt? Ja. Ein Fiumeer ist auch irgendwie auch noch Hälfte neben. So, da unten haben wir noch ein paar Rassauros. Erstmal Energie aufladen. Dauert ja quasi 10 Stunden bei dem. Ach so. Nee, die Bären sind leer. Deswegen. Okay. Das folgt mir halt einfach. Also, ich bin eigentlich schon dafür, dass wir noch ein paar Rassauros nehmen bei Zähmen. Aber das Problem ist halt wirklich, dass die so schnell wegrennen. Mein Skorpio gibt dem einfach ein One-Hit. Ich habe gerade gedacht, dieser Busch wäre ein Raptor. Dieser Busch wäre ein Raptor. Ja, das sah so aus. Richtig im Winkel. Das Leveln geht jetzt nicht unbedingt so schnell. Muss ich jetzt schon sagen. So, stimmt ja, ich habe ja meine. Oh Gott. Jetzt hänge ich immer in Fetz drin. Oh, dieses Plätzchen schon wieder. Die sind so oft von der Spor, ne? Ja, irgendwie schon, ne? Da sind sie noch auf dem Tropenmenü oder so. Jetzt, wo du es gerade sagst. Mein Skorpio ist fast wieder Level ab. So nice. Denkst du, dass wir packen es zusammen gegen eine Schildkröße? Gegen sie Level 17 noch? Was ist Level 17? Ja, nee, lieber nicht. Brauchst du, wo bist denn du? Ich gehe wieder zum Landesinneren, ne? Ja. Was liegt denn da? Bist du ein Parasaurus? Ach du, ja, den hast du halt mal liegen lassen. Du sagst, hä? Den Toten damals? Hm? Den Toten damals, den hast du halt mal liegen lassen. Ach so, ja, ja, habe ich ja gehört. Milistrosaurus. Ah, nee, du hast ja, warte mal, bleib mal hier wegen deinem Raptor, bleib mal hier. Ich will dir mit dem Leder reintun. 150 Leder. Das ist ein Scherz. Ja, go. Ready? 22. Ja, und? Okay. Warte. Ja. Warte. Äh. Go. Der kassiert, der kassiert. So, dein Raptor tut ein bisschen Schaden kriegen. Ja, ich habe ihn getötet. Hehe. Ähm. So, ich habe jetzt noch mal Fleisch. Wo? Ähm, was wir gerade langlaufen wollen. Am Strand. Ja, das ist der von eben, glaube ich. Meinst du? Dann muss er ja irgendwo an unserer Welt laufen sein. Weiß ich jetzt nicht. Keine Ahnung. Ja, ich bin bald Level Up. Also, ich bin jetzt gleich Level 10. Wer? Also, 4 Trike. Ah. Der kassiert richtig, der. Ja, wir haben schon mal so eine kleine Armee. Das ist schon echt schön. Ja, ich bin. Da gab es noch eine Sachen, oder? Irgendwas. Was war das? Mega neuerer. Ja, hab. Ich sehe einfach nur mein, äh, mein Fiumeer. Hau, 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 hau. Ich brauche mein Leben. Demonsten. Warte mal kurz. Ja, sicher. Warte, bleib mal stehen, bleib mal stehen, bleib mal stehen, komm mal her. Ich mache jetzt einfach mal ein Bild, weil das sieht natürlich aus mit unseren Dinos. Screenshot. Okay, go. Oh, dieses Blitzen, ne? Ja, Blitzen, ne? Säle ich Pronto legen? Einmal. Hehehe. Er legt uns. Ein Schwanz, die sind halt weg. Ja, eben. Nicht nur einmal. Oh, ein Pronto müssen wir auch wieder zählen. Ja. Hat ja auch gesagt. Nein, meine Stoffrüstung ist kaputt. RIP. Wow. Noch ein Grupp. Noch ein Grupp. Was? Noch ein Grupp. Ehrlich? Bleib tot. Speckler, staut. Ja, ich habe auch nicht gerade so viel Leben. Ich habe nichts Essen hier. Ich auch nicht. Ich habe nur ein bisschen tausendmal Fleisch. Lass mal unseren Grill tun. Ach, warte. Hehehe. Hm. Können wir her wegen Raptor? Gut. Äh, weiter geht's? So ein paar Bären da voran. Ja, ich auch. Muss auch mal wieder was essen. Ich habe gerade vier Steaks reingeballert. Da brauchst du eigentlich nur viermal reinhauen. Ja, ich weiß. Ich glaube, ich war ja auch voll. Ich habe es nicht gesehen. Ich meine, welches Level der ist. Fünf. Ha. Oh Gott. Da ist ja nur ein Zweiter dabei. Hilf mir. Also, ich bin tot. Nee. Nein, es kommt Jonas Tod. Greif an, greif an, greif an. Natürlich greifen die den Falschen an. Dein Raptor ist gleich tot. Was? Ja, dein Raptor ist gleich tot. Boah, dein Raptor. In den Zweiten? Da gehe ich jetzt drauf. Der ist down. Boah, ein Chicken macht einfach alle platt. Boah, jetzt müssen wir aber richtig aufpassen. Nein, der Scorpio ist tot. Rosa gestorben. Ich sehe ihn nicht. Meine Ahnung. Ich gehe unten, legte er. Scorpio! Ich sehe ihn nicht. Oh, little Scorpio. Tut mir leid. Au. Hast du ihn noch gelootet? Ja, ich konnte ihn nicht looten, aber nichts drin. Jo, wie viel Leder, ey. Ist langsam gut. Wir haben schon wieder 600 Leder. Klar. Okay, auf geht's. Ich habe wieder Track da hinten. Ich habe wieder Track da hinten. Warum kann ich hier nix abbauen? Abbauensballen? Die Abbauensballen? Du hast ein Kano. Wo? Ähm, Richtung... dort. Tja, das sind die Überlebenden, würde ich sagen. Ich glaube, dann würde ich wirklich erst mal sagen, das war's soweit mit dieser Folge. Und wir sehen uns dann hoffentlich alle zusammen noch in der nächsten Folge. Vielen Dank wieder fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüüüüü!